recht herzlich willkommen zu einer neuen folge towns sind wir drinnen und wir hatten letztes mal hier oben noch zu haus zu haus zu ende geguckt wie weit die denn hier sind oder sind wir noch ja okay und hat mir gesagt da wird kein holz abgebaut aber da sind noch welche unterwegs mit holz da man schon in der letzten folge da geht noch was ne hier der eckstein der ist auch schon da müssen wir noch ein bisschen warten ist das andere gebaut wird können aber schon neues ziehen sich gerade hier zum beispiel diese band die kann schon durchgezogen werden ja es ist immer ein bisschen schwer zu sehen aber irgendwie kriegen wir dort dann hin also das ist schon die erste etage das ist die zweite etage die ist hier auch schon das sieht so komisch aus fehlt da in der ersten etage eine tatsächlich da ist alles gut da auch dann da und da auch diese band kann eigentlich auch schon ändern ja alles gut so dann ist das dass das fertig mir fehlt noch einer da fehlen tut er noch genug hier sieht es wieder so komisch aus da kommt die tür hin da nicht und da geht es auch jetzt müssen noch ein paar kommen und das da drauf legen alles dann ist alles gut ja wir lassen mal einen tacken schneller laufen gucken gerade mal rein wie es hier so mit essen aussieht äpfelbeeren sind da ein brot liegt rum ein kuchen da ein kuchen da ansonsten ist mau das macht hier 78 85 ok das ist gut ja diese band da diese treppe da die ist immer noch ein weg eigentlich ne da geht die treppe bis nach der hand weiter nicht und dann könnte man da noch ein stein draufsetzen macht sinn oder da fehlt noch drunter einer oder wie ist das da ne da hat er jetzt kein hingebaut ist das so eine optische täuschung ja da ist schon einer aber da also der ist auch schon angemackert passt jetzt kommen da immer mehr leute und bauen hier steine hin da kann man hier noch eine reihe draufsetzen schlafen in den räumen das ist 79 weiß aber nicht wie viele schlafplätze jetzt mittlerweile insgesamt haben keine ahnung müssen wir mal gucken hier hier oben sind sieben 8 9 10 11 12 13 14 15 da gibt es keine 15 äh 24 waren das ne 6 12 18 24 das waren 48 47 und 15 hat nur äh 47 und 8 sind und 50 und das waren nur 7 ne 72 ist das richtig 72 ja ok dann haben wir genug räume noch dann lassen wir das erst laufen dann nur einen drauf und hier gehen ja auch schon zwei da machen wir die auch drauf dann geht der raum schon fast zu da ist auch noch was möglich ja hier müssen noch andere wände gesetzt werden erstmal hier sieht man wieder nix da kommen händler da müssen wir erstmal wieder starten das war noch das nicht ich glaube ich glaube nicht ne ok dann muss er erst noch kommen habe ich daneben geklickt kann auch sein gut ecke ist auch fertig ist der händler da er bringt uns die waffen und ein paar rüstungen hat er auch dabei kommen dann nehmen wir welche raus wenn die schuhe die buchse das brauchen wir alles nicht oder was ist das denn hier goldener helm komm den nehmen wir auch mal rüber der ist sehr teuer ne steine 100 davon grün haben wir gar nicht mehr kommen dann zack 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 macht er noch dreck nimmt er auch mit hat er auch alles ja dann machen wir den deal ne passt schon gut und laufen lassen ausgewählt ist noch der stein ja gut ja läuft oder passt oh noch drei herrschaften doch drei herrschaften gekommen wollen die sich mal was anziehen ne und dann müssen wir sie zuordnen und dann müssen wir sie zuordnen ja die müssen erstmal hier ankommen bevor sie das nehmen können wahrscheinlich die waren noch am kartenrand okay da hat einer schon gleich den goldenen helm genommen und der hat eine brustplatte eine buchse ja okay alle haben schon was so eine waffe in der hand dann ist der letzte schon fertig top group ah jetzt habe ich den irgendwo reingesteckt aber den erkenn ich ganz schnell wieder ich glaube das war bei bergmann genau da wollte ich den aber gar nicht reingrücken das wollte ich komplett ausgerüstet äh ausgestattet das wird noch ein erntehelfer und das wird noch ein träger wunderbar wunderbar hier nochmal rein da bauen da bauen da bauen also da haben wir auch eine wand gebaut ne aber ist auch nicht schlimm können wir ja machen da fehlt noch was da ist auch alles soweit gut da kommt es da kann da noch einer hin und da und da auch noch einer hin nur gucken dass oben keiner verhungert aber da sollte auch klappen ne da kommen sie irgendwo runter wenn es da ist aber wir können auch zur sicherheit einen stein hier setzen dann können wir auf jeden fall da lang runter gehen denn hier in der mitte könnte es natürlich riskant werden denn ne da kommt eine Tür hin deswegen machen wir da schon eine hin da kommt eine Tür hin hier kommt eine Tür hin da kommt eine Tür hin da ist das auch so ok ok jetzt sind wir die meisten Türpfosten schon sozusagen überbauten da soweit dass es da drüber gebaut werden kann ne das ist es da sind zwei da für die Tür da auch jetzt noch jetzt noch in der unteren Etage da ist er jetzt gekommen jo da muss noch einer drauf und da kann noch einer hin da auch da auch da auch da glaube dann ist das soweit fortgeschritten ne hier sind noch zwei ne das ist verkehrt da irgendwie jetzt hab ich natürlich den ausgemacht ne ist der schon da? ja der ist wohl schon doch da so dann zubauen geht ja schon ne und da auch noch einen hin wunderbar da ist der Erste der nicht runter kann doch oder? und der geht da runter und kann der auch da runter ja so sieht einigermaßen aus oder? dann könnten wir doch die Türen gerade einsetzen hier waren bei Möbel ne das waren wenn es da Türen sind daneben da dahin ich weiß nicht da auch ich glaube da erstmal nicht wohl kann man auch es spielt keine Rolle da weiß ich noch nicht so diese Person kann definitiv nicht da weg doch könnte sie wenn sie da lang laufen würde ich mach mal da ein noch hin falls die Wegfindung dann besser läuft da gab es aber noch einen Weg so das ist schon alles gut oh das war jetzt glaub ne Tür nehmen wir da mal ganz schnell weg und das wollte ich haben und das wollte ich haben so da können wir anloggen ne nicht lock sondern unlock geht erstmal wir bauen die hohe Etage jetzt fertig sieht gut aus was machen wir unsere Peoples hier? 6 gut steine auswählen das ist schon ausgewählt da passt 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 alles gut oder hier sehen wir noch was faul so aber das war die Stelle wo sie hoch können ne ja so da und da können wir schon mal zu bauen das sollte funktionieren machen wir so dann können sie da auch hoch und runter ok wird gut gebaut sieht doch prima aus oder? ja ja jetzt auch wieder hell Händler wartet noch auf seine Wahrung aber 18 von den Grünen noch und 62 Dreck das wird auch werden gut aber ich würde sagen für die Folge soll es genug sein ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020